Ham, 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 didam, didam, hum, didam, didam. Oh, fröhlichen Windstag. Ein ziemlich stürmischer Tag, nicht wahr? Du, ähm, hast nicht zufällig etwas Honig dabei, oder? Ach, hey, dann müssen wir wohl welchen suchen. Und an einem stürmischen Tag findet man Honig am besten mit einem Ballon. Kannst du mir dabei helfen? Oh, gut, das ist sehr nett. Binde die Schnüre einfach um dein Bäuchlein. Und dann lass dich davon tragen. Wir sollten zuerst hier drüben nachsehen. Wir nach. Ich glaube, ich habe ein paar wichtige Dinge gelernt. Zum Lenken lehnt man sich ganz einfach zur Seite. Oh, wenn ich mich ducke, sinke ich bis runter auf den Boden. Ach, hey, vielleicht ist es zu stürmisch. Wo fliegen wir jetzt hin? Gut, dass wir hier lang fliegen. Da lang sah es schwieriger aus. Du kannst wirklich gut Ballon fliegen. Oh, gib Acht auf die Äste. Die können manchmal sehr tückisch sein. Oh, was machst du, wenn wir herausfinden würden, wo all der Honig ist? Könnte ich direkt hinfliegen. Oh, die Honig. Ach, herrje. Diese Bienen sehen sehr mürrisch aus. Die ihnen lieber aus dem Leben. Pass auf die Äste auf. Oh, jetzt lang. Ich habe kurz gedacht, du wolltest den anderen Weg nehmen. Ach, hey, je. Vielleicht ist es zu stürmisch. Vielleicht sollte ich bei dir Flugunterricht nehmen. Oh ja, Zeit für etwas Süßes. Oh, die Bienen sehen heute so böse aus. Vielleicht, warum werden Bienen immer nur so leicht böse? Du kannst wirklich gut Ballon fliegen. Glaubst du, die Bienen bewahren vielleicht die Bäume? Und runter geht's. Die superste Sache an Tigger ist, dass sie die supersten sind. Von vorn erlachte Schwingung. Von hinten wie ein fliegender Wind. Wir singen, springen, springen, ringen, springen. Hopsen, her und hin. Die superste Sache an Tigger ist aber, dass ich der einzige bin. Hey, Ruh. Jetzt zieh dir das mal an, ein fliegender Pum. Hallo Puh-Bär. Hallo Puh. Hallo Puhs Freunde. Oh, schön, dass wir euch gefunden haben. Wisst ihr, wir haben gerade oben in den Bäumen nach Honig gesucht. Aber leider ohne Erfolg. Du suchst Honig mit einem Ballalong? Das ist ja wirklich zum Brüllen. Jeder weiß, Hüpfen ist immer noch die besteste Honig-Such-Methode. Klar, und du kannst auch hüpfen. Und zwar hiermit. Ich glaube, auf so einer Hüpfstange wäre ich nicht sehr gut. Aber vielleicht kannst du herumhüpfen und mir etwas Honig suchen. Richtig. Genau so funktioniert das Hüpfen. Na dann wollen wir mal loslegen. Das Lästeste am Hüpfen sind die ganz hohen Hüpfer. Jetzt legen wir mal einen Versuch. Schnellerer, los. Vorsicht. Wenn du durch Matsch... Oh, ein Honig stopp. Schnell, hüpf dagegen. Und hol den Honig. Tigger mögen Bienen? Hinten? Ach! Jawohl. Den Weg ist. Diese beiden sind die hüpflichen Hüpfer, die ich kenne. Wow, war super. Na los, hüpfen wir weiter. Ja, unser Bärenfreund braucht Honig. Du sollst jetzt lang gehen. Ich wusste gar nicht, dass du gar nicht. Du gehörst nicht in den Schüchtern hüpfern, stimmt's? Hüpfen. Bäh! Tigger mögen keinen machen. Wohlang, wohohlang? Keine Ahnung. Du entscheidest. Da ist ja noch ein Honigstoff. Oh, 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 oh. Wurde. Gibt die Bühne nicht von Pus' Geburtstag? Hupel. So, Frau Tigger. Tigger. Darf ich mit? Darf ich? Natürlich darfst du das. Oh Mann. Komm. Oh, 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 oh. Vorsicht, wenn du durch den Dratsch hüpfst, musst du langer machen. Schneller, schneller. Welchen Weg sollen wir nehmen? Haha, das ist nicht toll. Vorsicht, vor Hindernissen ausweichen. Ein Hüpfer ab dem Fiffen. Vorsicht. Gleich haben wir's geschafft. Nur noch über die Brücke. Ich glaube, davon ist noch mehr Honig. Watsch, Hüpfel. Du kannst du langer machen. Ich freu mich schon. Puh, Geschenke geben. Können Tigger am besten. Komm, ich verrate dir ein Geheimnis. Das macht Spaß. Das sollte reichen. Hier ist das große Geheimnis. Heute ist Puhs Geburtstag. Und dieser Honig wird ein voll aufgetickertes Geschenk für ihn. Puh hat Geburtstag? Ach was. Natürlich. Und es gibt doch eine Überraschungsparty. Hüpfen wir los. Oh, Puh wird sich über diese Geschenke sehr freuen. Die superste Sache an Tigger ist, dass sie die supersten sind. Von vorn erlaubt sich die Gummi von hinten hin. Oh, Tigger. Oh je. Oh, Autsch. Oh je, oh je. Oh je. Ups. Tut mir leid, alter Kumpel. Oh je. Die Geschenke sind überall verstreut. Mein Schwanz fehlt auch, aber das kümmert keinen. Schon gut, I.A., alter Freund. Ja, wir suchen die Geschenke und deinen Schwanz, I.A. Das wird ein Spaß. Das war richtig gut. Hey, das erkenne ich sofort. Hey, das erkenne ich sofort. Das macht so toll. Hurra. 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 Wir sollten schneller laufen. Oh, ich hab das falsche geworfen. Ups. Oh je. Oh Gott, ich gemerkt, was ich was war. Oh Gott, ich hab das falsche geworfen. Oh Gott, ich hab das falschen. Gut, sicher, wir sind bald hier. Oh nein, Entschuldigung. Ich wollte mich nur beeilen. Gut gemacht, Freunde. Oh je, das tut mir leid. Oh, wie schön. Es wird doch keinen Park, die ohne eine Top. Der Schaf. Pech, das erkenne ich so vorn. Oh je, hab gar nicht gemerkt, was das war. Oh je, das rollt jetzt den Hügel runter. Hier, Kumpel. So gut wie neu. Er macht nicht viel her, aber ich fühle mich ihm irgendwie verbunden. Oh, er kommt. Es ist Puh. Alle Mann verstecken. Überraschung. Überraschung? Für mich? Klar. Wir haben Torte und Ballalongs und so viel Honig, wie du es kannst. Hui, Honig. Meine liebste Überraschung überhaupt. Das ist das perfekte Ende eines ziemlich perfekten Tages. Vielen Dank, dass ihr alle so tolle Freunde seid. Hallo, Lust auf ein Abenteuer? Frag doch mal, ob Puh in deinem Buch unterschreibt. Ich bin Winnie Puh, aber du darfst mich Puh nennen, wenn du möchtest. Denk, denk, denk. Hm, mir fällt nicht ein, woran ich denken wollte. Ach ja, hu hu. Zeit für meine Turnübungen. Machst du mit? Oh, hu hu hu. Ich bin gerade dabei. Dann hast du wohl recht. Hu hu hu. Das machst du nicht zum ersten Mal. Uh, du machst die Turnübungen sehr gut. Uh, diese Turnübungen machen mich immer so hungrig. Hm, Zeit für etwas Süßes. Ach, je. Gerade ist mir eingefallen, dass mein Schrank leer ist. Und die Honigtöpfe auch. Könntest du zu Ferkel gehen und ihn fragen, ob er etwas Honig hat? Oh ja, ich kann meinen Namen schreiben. Christopher Robin hat's mir gezeigt. Hier, bitte. Jetzt kannst du dich immer an die Zeit mit mir erinnern. Bis bald. Und wenn du Ferkel siehst, vergiss nicht, ihn nach meinem Honig zu fragen. Ich glaube, hier möchte ich gerne eine Weile stehen bleiben. Ich bin I.A. Danke, dass du mich bemerkt hast. Danke, dass du gefragt hast. Das tut nicht jeder. Es ist nicht der berühmtesten Name im Buch, aber er kommt von Herzen. Habe gewöhnlich keinen Anlass zum Tanzen. Danke, dass du hier warst. Hallo, ich bin Ferkel. Wie schön, dich kennenzulernen. Oh, Poo dachte, ich hätte etwas Honig für ihn. Oh je, ich habe keinen Honig. Aber manchmal vergisst Poo, wo er seine Honigtöpfe für Notfälle versteckt hat. Wenn du ihn danach fragst, fällt es ihm vielleicht wieder ein. Aber natürlich mit Vergnügen. Das ist das beste Buch, das ich je gesehen habe. Wie geht's dir so? Oh, bis bald. Auf Wiedersehen. Ich darf nicht vergessen, allen, denen ich danken will, ein Dankesschreiben zu schicken. Da oben. Benutze deinen Zauberstab, um das zu sammeln. Los, komm, wir müssen Splash Mountain ausprobieren. Wichtige Termine, hm? Das ist... Oh, das war... Das war besser als... Oh Mann, also... Hallo, wie geht's? Oh, ich wollte nicht lachen, aber schön, dass du vorbeigehoppelt kommst. Ich habe in meine Trinkiste geschaut und eine klasse Idee gefunden, für einen Streich mit Patzit, dem Fuchs und Brumm, dem Bären. Und diese Bienen hier sind das Allerbeste daran. Du hast doch Zeit mitzukommen, oder? Das wird das Lustigste, was du je gesehen hast. Komm, hüpfen wir los. Also, hier im Daumenbusch bin ich geboren und aufgewachsen. Wenn du es nicht gewohnt bist, dann piekst es mächtig. Ich zeige dir lieber, wie du da durchkommst. Besser nach rechts. Jetzt steckst du wirklich mitten drin. Nach links. Hör nicht drauf. Das ist die beste Art, um dran zu bleiben. Also, hier kommst du schneller wieder raus. Aber dieser Weg ist schwieriger als der andere. Keine Sorge. Bringt einfach drüber. Duftig. Wir lassen uns nicht aufhalten. So viel steht fest. Achte immer auf die Pfützen. Wir sollten leise sein. Das ist das Haus von Patzig dem Fuchs. Ich wette, Brumm, der Bär ist auch da. Versteck dich im hohlen Stamm. Ich muss ein kleines Geschenk abliefern. So als guter Nachbar. Oh, Patzig, der Fuchs. Au. Oh, Brumm, der Bär. Helft mir. Ich bin gestolpert und kann mich nicht bewegen. Ich sitze hier ganz hilflos. Hörst du das, Brumm? Meister Lampe ist direkt vor der Tür. Äh, ist er? Er kann sich nicht bewegen. Weißt du, was das heißt? Brumm. Essen. Äh, wo ist er hin? Oh, sieh mal. Meister Lampe hat ein Geschenk hinterlassen. Moment mal, Brumm. Das ist bestimmt wieder einer seiner Tricks. Oh, wirklich hübsch. Oh nein, nein. Oh, ich höre etwas da drin. Das ist kein Geschenk. Da drin ist nichts außer Bienen. Au. Au. Ich wollte es sagen. Au. Au. Warum wirst du mit dir einer mehr? Au. Das ist genauso lustig, wie ich es mir vorgestellt habe. Die beiden amüsieren sich sicher auch. Äh, wir gehen wohl besser. Jetzt zeige ich es dir, Meister Lampe. Ha, ha, ha. Pumpt ihr uns erst mal. Wir gehen jetzt an den Lachplatz. Nur nichts für ungut. Bis dann, Jungs. Bis dann, kommt weiße Lampe nicht ungeschworen davon. Oh nein, wir fangen ihn ganz sicher. Hast du auch schon letztes Mal gesagt. Und das mal davor. Und, oh, komm, hauen wir ihn einfach drinnen. Hey, Blau, Diabon, ich war's. Das sagst du doch immer. Du musst dich ducken. Duck dich. Oh, oh, pass auf. Oh-oh-oh! Das ist die beste Art, um dran zu bleiben. Oh, so macht man das aber nicht. Oh, Achtung, versuch unter dem Ast zu gelangen. Hör nicht auf, das ist die beste Art, um dran zu bleiben. Wir lassen uns nicht aufhalten, so viel steckt fest. Diese Pilze sehen seltsam aus. Hau doch mal ordentlich drauf. Das war dein letzter Stein, schweißer Lampe. Oh ja, und jetzt wird es Zeit für die Karte. Nicht wahr? Wir weinen dir deine Bienen zu. Ab und zu her, Zerich. Mach dich auf Ärger gefasst. Wir müssen bei den Bienenstöcken zurückschlagen. Malche herunterfallenden Sachen aus. Mach wenigstens ein Auge auf dich selbst. Hör nicht auf. Das ist die beste Art, um dran zu bleiben. Festhalten. Oh, das war eine Sippe, die du da Wasserlandung. Ich bin froh, dass du... Na, sieh mal einer an. Sie haben ein eigenes Empfangsform. Das ist alles deine Schuld. Au, halt sie mir vom Leib. Das ist doch wirklich mein Lachblatt.